Zauberer Halt, ich höre was Okay, das ist das Haus meines Onkels Arthur Arthur Jones, der berühmte Entdecker Ob er wirklich eine Mumie gesehen hat? Zumindest glaubt er das Er sagt, sie hat es auf seinen Diamanten-Skarabeos abgesehen Hey Leute, könnt ihr mal den alten Jahrmarkt abchecken? Das ist einer der Orte, wo die Mumie auch gesehen wurde Jahrmarkt? Geistermarkt Hey, Velma, denkst du, auf dem Jahrmarkt gibt es auch Zuckerwatte? Zuckerwatte? Na los! Ich finde die nur mein alter Freund Kommt schon, der Diamanten-Skarabeos ist sicher unser Fundamentelement Handelnde Untote Und nun jagen sie auch noch Käfer Können wir sie geschützen? Was? Kein echter Käfer, Gundam Was? Na los! Was? Ich bin höb, ich bin neu! Was? Was? Ich bin hoch, ich bin hoch, ich bin hoch, ich bin hoch. Also, hier stehe in die Löcher und das ganze Zeit Oh, ich bin hoch. Ich bin hoch. Sie scheint hinter diesen Leuten ins Schloss gefallen zu sein. Ich fürchte für diese Lösung sind auch des Meeres eines welbischen Schrottes. Ich kann vorbei! Dieses Ding wird weiterreißen. Ein Schritt näher am Zug. Öffnen wir diese Tür. Das ist ein Schritt. Ich sollte besser gehen. Wenn ich zu lange hier bleibe, bekomme ich vielleicht noch ein Knöllchen. Ich bin ein Knöllchen. Ja, wieder eins im Sack. 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 Eine versteckte Wand. Eine versteckte Wand. Ja, wieder eins im Sack. 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 Das war's. Ich kann vorbei und dieses Ding hier weiter rein. Ich kann vorbei und dieses Ding hier rein. Ich kann vorbei und dieses Ding hier rein. Die Hinterstäbe sind fort und der Weg ist frei. Ich bin Gandalf der Graue. Das mag zwar ein Schatten, meist die Form von etwas Bösem. Lasst mich das bewältigen. Kommst du nicht weiter? Keine Sorge, das ist nur menschlich. Oder ist das doch allen solche Tieren zu eigen? Das war's. 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 Da kann ich doch nichts sehen. Irgendjemand oder etwas will nicht, dass der Scarabeus gefunden wird. Spannende Musik Das war's für heute. 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 Das war's für heute.